Ich fahre Diesel, bis der Arzt kommt. Das heißt, keiner weiß Bescheid. Ich habe auch bei mir im Autohaus gefragt, wie sieht es denn aus, darf ich mit dem Diesel fahren? Sagte mir der Händler, stand jetzt voraussichtlich nicht mehr. Also fahre ich, weil ich mal sehen will, wie wird das kontrolliert und was kostet es mich? Und ich sehe bei diesen ganzen Dieseldiskussionen, die Messeinheit ist, wie groß ist mein Kind. Ich habe Cem Özdemir und ich habe Frau Göring-Eckardt gehört mit, Kinder sind genau in der Höhe des Auspuffs. Jetzt muss ich sagen, stell dein Kind nicht hinter den Auspuff, das ist schon mal viel gewonnen. Und das normale deutsche Kind, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, wächst. Und deswegen sagt auch der Volksmund, der ist jetzt aus dem Auspuffalter rausgewachsen. Also das heißt, das heißt...